Ganz, ganz neues Lied. Schön, dass ihr erstaunt seid. Es ist ein ganz, ganz tolles Lied. Und was es ganz, ganz, ganz besonders macht, ist, dass unser neuer Lütsi eine tolle Idee dazu hatte. Ist ja toll. Dass ihr euch das über die Nacht merken könnt, finde ich so sehr erstaunlich. Ich hab schon wieder vergessen. Nein, der Lütsi hatte eine tolle Idee. Das nennt sich Choreografie. Ich hab lange geübt, bis ich dieses Wort fehlerfrei aussprechen konnte. Das ist eine gefährliche Choreografie. Es hat damit zu tun... Schon wieder ein Dudelsack kaputt. Was macht ihr mit den Dingern, Jungs? Die sind teuer. Also, ich kann es jetzt noch etwas ausführlicher erklären. Es hat damit zu tun, dass drei Dudelsack-Spieler möglichst ohne Unfälle, was heute sehr unwahrscheinlich ist. In einer Achtform umeinander herumrennen. Es gibt hier im Publikum begeisterte Nachmacher. Wie, du hast deine Mädels nicht dabei? Die arbeiten, die unsportlich. Die haben das nachgemacht und können das. Sobald hier der Sack repariert ist, ist beinahe, werden wir es euch einmal vormachen als Trockenübung und ihr sucht euch rechts und links von euch auch jemanden aus und macht es einfach nach. Es wird von ihr oben toll aussehen, glaubt mir. Also, es geht darum, den Gegner nicht zu treffen. Nicht zu treffen. Wir wollen kein Blutbad aussichten. Wir wollen nur Spaß alle miteinander. Also, nicht wie Wolofdapf oder ähnliches, was man so kennt, sondern das Gegenüber nicht treffen. Das ist noch viel schwerer. Meine Herren, wollt ihr einmal als Trockenübung kurz umeinander rumlaufen, dass ihr seht, wie die Bewegung geht? Reicht schon, reicht schon. Sie haben es verstanden. So, und jetzt seid ihr dran. Hat jeder einen Partner? Hat jeder eine Unfallversicherung? Nein. Wir probieren das. Wir machen nicht beide. Ihr werdet das jetzt mitmachen. Ihr drei, ihr seht schon mal gut aus. Ellenbogen drin lassen, Jungs. So, wir probieren es. Der Tambour macht noch mal. Und los. Ja, probiert es. Nur weiter so. Ohne Schubsen. Ja, sehr gut. Guck mal, die Jungs sind schon gut. Ja, hier Mädels, was ist los? Choreografie ist doch euer Metier hier. Nicht stehen und gucken. Weil ihr heute Morgen aufgemacht hat, ist gut. Das ist großartig. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Da haben wir schon eine ganze Menge. Wir machen es mit Musik. Wir werden das im Blick behalten. Mehr ihr macht nicht mit. Der Tanz dazu heißt Laride. Die dijo nicht, sehr gut. инstern quisart. Hey, hey, hey. Hey! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.